Musik Deftig, deftig. Diäten der Landtagsabgeordneten sollen um satte 18% steigen. Die Diäten der sachsen-anhaltischen Landtagsabgeordneten sollen um 858 Euro auf insgesamt 5.655 Euro steigen. Dies empfiehlt die Diätenkommission unter Vorsitz von Erhard Grell, wie die Volksstimme mitteilte. Damit würde die Entlohnung der parlamentarischen Tätigkeit im Magdeburger Landtag die eines Richters Besoldungsstufe R1 entsprechen. Aus Parlamentskreisen war zu erfahren, dass die Fraktion dieser Erhöhung aller Voraussicht nach zustimmen werde. Wahrscheinlich im Zuge einer festen schrittweise Erhöhung, um nicht allzu viel Wirbel in die öffentliche Debatte zu bringen. Den Vogel schoss dabei die Grünen-Chefin im Landtag, Claudia Dahlbert, ab. Der Respekt vor unserer Landesverfassung gebiete es, dem Vorschlag der Diätenkommission zu folgen, so Dahlbert gegenüber der Volksstimme. Diese Erhöhung entspricht einer Steigerung um satte 18%. Im Zeitraum zwischen 2000 und 2011 wurden die Diäten der Abgeordneten insgesamt bereits um 22% angehoben. Bereits in den vergangenen Legislaturperioden und unmittelbar vor den anstehenden Landtagswahlen 2011 sollten die Diäten bereits schon einmal angehoben werden. Angesichts des zu erwartenden Unmuts in der Bevölkerung und der Wahrscheinlichkeit einer zu diesem Zeitpunkt bestehenden Möglichkeit des Einzugs der NPD in den Magdeburger Landtag sah man von diesem Vorhaben ab. Nun ließ bereits der Landespräsident Detlef Gürth von der CDU durchblicken, dass man diesmal der Erhöhung zustimmen werde. Ob diese zu erwartende Erhöhung auch der erbrachten Leistung der Parlamentarier entspricht, kann nur subjektiv beurteilt werden. Die Entlohnung sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer stieg statistisch gesehen seit dem Jahr 2000 um nur 15%.